Das Wetter wird schlechter. Wir haben uns im Kreis bewegt. Das Boot ist nutzlos, Laufen macht keinen Sinn und ich bin jetzt müde. Daran kann ich leider nichts ändern. Wir waren beim Angeln und haben uns verlaufen. Wir dachten... Ihr dachtet, ihr könnt's euch gemütlich machen? Du hast auf dem Wasser Mist gebaut, oder? Du bräuchst dir ein, bedienst dich einfach auf unserem Privatgrundstück und zum Schluss pisst du auch noch rum, weil wir kein Telefon haben. Wir müssen hier verschwinden. Die werden uns nicht gehen lassen. Moment! Strecke in den verdammten Wagen! Was willst du? Ich hab, was ich will. Hör auf damit! Mein Vater hat mal gesagt, um ein gefährliches Tier zu fangen, musst du denken wie eins. Nur gefährlicher. Fah! Fah! Kom es rein!